Der Miljana Park stammt aus dem französischen und englischen Design im Bezirk auf die Verteilung von Bäumen. Pflanzen und Ruhe blitzen bis zum Jahr 1870. Der Miljana Park erstreckt sich über eine Fläche von mehr als ein halbes Hektar. Es unterhielt verschiedene Arten von Zierpflänzen und Bäumen wie Skoia Redwood Baum mit einer Länge von mehr als 80 Metern. Es gibt auch eine Stätte von Kleopatra, welches ist das dritte Exemplar der Welt. Es wird im 19. Jahrhundert vom französischen Künstler Matiran Moreau gemeißelt. Es gibt zwei Kopien davon. Der erste ist in Paris und der zweite ist in Rio de Janeiro in Brasilien. Und es ist ein seltenes Meistwerk, trotz der klimatischen Bedingungen, die die Region charakterisieren. Darunter die jährlichen starken Regenfälle, begleitet von starker Erkältung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017